Ich lerne Deutsch. Nummer 15635 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich esse nicht immer nur etwas Gesundes. Manchmal gönne ich mir auch ein paar Kekse. Gesundheit ist ein Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Gleich kommt das Sahnehäubchen. Ihr werdet überrascht sein. Gleich kommt das Sahnehäubchen. Ihr werdet überrascht sein. Gleich kommt das Sahnehäubchen. Ihr werdet überrascht sein. Es ist wichtig, frühzeitig mit dem Lernen für die Prüfungen zu beginnen. Es ist wichtig, frühzeitig mit dem Lernen für die Prüfungen zu beginnen. Durch frühzeitiges Lernen wird Stress reduziert und eine bessere Vorbereitung ermöglicht. Planung ist entscheidend, um Stresssituationen zu vermeiden und einen ruhigen Alltag zu fördern. Planung ist entscheidend, um Stresssituationen zu vermeiden und einen ruhigen Alltag zu fördern. Krankenschwestern arbeiten in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen. Krankenschwestern arbeiten in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen. Das Lernen von Vokabeln wird durch Onlineübungen erleichtert. Bist du dabei? Das Lernen von Vokabeln wird durch Onlineübungen erleichtert. Bist du dabei? Das Lernen von Vokabeln wird durch Onlineübungen erleichtert. Bist du dabei? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... common dalam